So, dann nehme ich den roten Stein aus der Mitte, klatsche ihn hier dran, nimm den unteren, schmeiß ihn hier drin. Das heißt, der Boss dürfte nicht mehr allzu weit wechseln, ich gucke mal eben, ob die Ausrüstung auf Optimum ist. Ich gucke mal, ob die Ausrüstung auf Optimum war. Ich habe übrigens noch mal nachgelesen, beziehungsweise mein Irrtum vom letzten Mal beworben. Und zwar dachte ich mir, ja, Kraftsäfte könnte ich im Kampf benutzen. Fehlanzeige. Die sind nur was für außerhalb vom Kampf. Nur mein Gott, ich bin mir nicht auf Magel, ich bin mir nicht auf dem Team. Kapsel, wollt ihr noch was, was ich hab? Ja, unser Korro, unser Gutung. Wo ist denn, hab ich sie gedacht, wo hab ich sie gedacht? Sag's mir. Njam, 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 njam. Ich habe hier noch keine mehr. Ein Rutschild habe ich noch, wenn ich auch hier noch. Ja, aber gut, ich kann nur Fehler wüssten. Äh, nee, dann sitz mir leid, mein Guter. Dann tut's mir leid, mein Guter. Und was macht unser... Ja, du willst ein Eisenschwert. Nee, was machen? Kriegst du nicht. Kriegst ein Langenmesser. Auch nicht. Pff, du kannst doch nicht mehr ganz viel. Ich hab schon für dich richtig nicht, was mir zu tun. Ich nehme Gott, wenn ich so. Ich hab dich wiederholt, wenn du keiner dieser Wollkommel bist. Und dann weiter geht's, zu dem Schwert. Schwertempel. Oh, das kennen wir schon. Diese Art Aufstieg kennen wir schon. Noch eine dicke. Wow. Oh. Okay. Du wirst an mir nicht vorbeikommen. Doch. Schwester. Geht. Was sagst du mir? Ich frage mich, ob du wirklich in der Lage bist, mich zu besiegen. Hm. Bin ich. Na komm mal. Ja, schön. Vampirpuss. Ich hab eigentlich nicht vor, den so knutschen. Ist einfach. Das mach ich schon oft geil. Die Angriffskraft erhöhen. Geil ist ja eh damit im meisten Schaden. Und der kleine Halle Kiel ist ja da. Und der kleine Halle Kiel ist da. Und der kleine Halle Kiel ist da. Schon noch. Bespießbären. Ich bin ein Lübenherz. Löwenherz. Löwenherz. Der Löwe hat Herz. Und heißt Leronie. Was war das Speedy? Dann hat man Speedy nochmal. Also rein. Ja. Hm. Zorn ist ab. Oh. Hand und schreien. Hier bringt der nächste. Oh. Boah. Was mach ich für ein Zauber? Ja. Mach mal einen Elektroschock auf ihn. Dann sehen wir, wie der wird. Chaosbombo. Fliegen tut er nicht. Hm. Du machst mal vom Gott. So. Aquata. Oder Bazaar. Ja. Das macht gut schon. Ach. Waddu. 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 Hm. Auch nicht schlecht. Ah. So könnte das gut gehen. Schock. Nein, jetzt habe ich mit der Salen angegriffen. Scheiße. Okay. Jetzt muss ich mich schälen. Die Salen hat fest. 20. 20. Das heißt, 20. Die Maserei war eben sehr gut. Und zwar. Wird im Reich zu wenig normaler fahren. Und. Schock. 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 Oh. 1.000 Goldmünzen. Nicht schlecht. So. Ups. Nein, das kann nicht sein. Ich habe dich doch besiegt. Du bist nicht stärker genug, um mich zu besiegen. Verschwinde. Äh. Hallo? Hau ich den eben. Bei dem müsste Ähnliches funktionieren. Ich will aber nicht drauf wetten. Deswegen gucke ich erst mal. 31. Okay. Der scheint eine höhere Magieabwehr zu haben als der andere. Dafür ist seine Physikung nicht so gut. Ja, Heimat bitte eine Runde. Und zwar alle. Du bitte all, wenn du es kannst. Ja. Kannste nicht. Ich möchte jetzt hier nämlich nicht sterben. Nein, das möchte ich nicht. Heimat bitte. Und. Heilung. Heilung. Ja. Quatsch, was mache ich für einen dummen Käse? Jetzt setze ich ihn noch unter Wasser. Erhöhlt wieder die Angriffskraft von unserem Guy. Warum macht sie so? So, dürfen wir jetzt durch? Ich gehe gleich einfach so durch die Tür. Ich gehe gleich einfach so durch die Tür. Vielen Dank.